Herzlich willkommen zu unserem monatlichen Quiz, diesmal zum Thema Fördermittel. Du kannst einen Preis gewinnen im Wert von 199 Euro. Deine Aufgabe wird es sein, die Aufgabe, die ich gleich nennen werde, bis Ende des Monats spätestens mit deiner richtigen Lösung an diese E-Mail-Adresse gesendet zu haben. Am Ende des Monats werden wir dann unter allen richtigen Einsendern eine entsprechende Ziehung vollziehen. Das heißt, per Losverfahren werden wir den Gewinner küren und dann diesen Wertgutschein auch überreichen. Wenn du also zu den Gewinnern gehörst, dann hältst du von uns einen Wertgutschein über 199 Euro. Und den kannst du einlösen gegen eine Fördermittelrecherche für dein Gründungsvorhaben oder für dein Wachstumsvorhaben. Kommen wir nun zur Quizfrage. Und zwar möchten wir von dir wissen, wie viel Monat ist die maximale Bezugsdauer für einen ALG1-Empfänger, der sich selbstständig macht und den Gründungszuschuss beantragen will. Kriegt er maximal 3, 6, 9, 12, 15, 18 oder sogar bis 24 Monate den Gründungszuschuss. Wenn du nun glaubst, die richtige Zahl gefunden zu haben, dann schreib die jetzt gleich an folgende E-Mail-Adresse und zwar an quiz.x-group.de. Wenn der Monat und die Ziehung vorbei ist und du gewonnen hast, setzen wir uns mit dir gleich in Verbindung, sodass du deinen Wertgutschein über 199 Euro auch hältst, um den gegen die Fördermittelrecherche einzulösen. Ich wünsche dir nur viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.